Einfach mal andere Wege gehen. Die Profis des VfB Stuttgart beim Footgolf. Nach einem durchwachsenen Saisonstart heißt es, den Kopf frei bekommen. Gespielt wird zwar immer noch auf dem Rasen, doch die Herausforderung eine andere. Ich glaube, das Fußballspielen, das normale Fußballspielen, liegt mir mehr. Die Konkurrenz ist gut. Es macht Spaß, das ist das Wichtige. Technisch ist es anspruchsvoll, aber auch so ein Stück weit taktisch. Wie taktiert man? Wie berechnet man die Hügel mit ein? Das ist schon eine Challenge für uns. Das Runde muss ins Runde. Klingt leichter als es ist. Denn gefragt sind dabei Gefühl und ganz viel Präzision. Spannend. Hat tatsächlich Spaß gemacht. Das Wetter war perfekt. Ich war in einer sehr guten Gruppe. Sehr viel Qualität. Sogar zu viel Qualität für mich. Denn das ungewohnte Terrain verzeiht keine Fehler. Jeder missglückte Versuch wird bestraft. Und da heißt es für die Bundesliga-Stars erst einmal Bälle angeln, wie bei Holger Badstuber. Oder Brennnessin treten und Platz schaffen, Herr Gommes. Einmal habe ich mich im Ballpferd. Und die drei Punkte fielen mir auch tatsächlich hinten raus jetzt. Aber das hat viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt hier heute nicht unbedingt angetreten, um zu gewinnen. Und es hat Spaß gemacht. Als bester Knipser auf dem neuen Grün hat sich stattdessen Stürmerkollege Nicolas González durchgesetzt. Kein Wunder. Bei solchen Kunstschüssen. Bleibt abschließend nur noch eine Frage. Was ist denn nun anspruchsvoller? Golf oder eben Footgolf? Als Profi-Fußballer kann ich glaube ich nicht sagen, dass mir dann das Footgolf schwerer fällt. Spannend, sowohl mit dem Golfschläger als auch jetzt mit dem Fußball quasi und mit dem Bein. Das kann man nicht hundertprozentig miteinander vergleichen, aber beide Sportarten machen mir unglaublich Spaß. Darauf kommt es letztlich doch an. Und so können die Stuttgart-Stars vielleicht wieder mit etwas mehr Leichtigkeit ins nächste Bundesliga-Duell gehen. Eins besser wie Holger.